Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde World of Warcraft in Strand von Uralten Strand der Uralten Strand der Uralten ich glaube ich noch gar nicht das habe ich noch gar nicht gefühlt denke ich mal jetzt glaube ich jetzt mal doch jetzt ein schönes kleines Schiffchen das können wir uns mal anschauen hier Sony dann geht es hier noch nach unten und sehen wir hier natürlich nichts gar nichts hier waren wir schon drin ach ne hier waren wir noch nicht hier geht's auch da schön hier kann man Captain spielen spielen und ein bisschen tanzen die Tat mit Schienen endlich schön soo und hier nochmal hoch gehen hier war ich ja gerade schon oh gut wo sind meine Leute da sind die Leute dann einmal aufsatbeln dann einmal aufsatbeln also hier ist es jetzt so wer als erstes um wir machen eine Karte auch wir starten jetzt glaube ich hier wir starten hier und müssen da umhinten die Angreifer legen eine Zeit vor und die Verteidiger müssen in der zweiten Runde das schnell schaffen wie hier dann rennen wir mal los jetzt möchte ich den Umland geben das Marktor ist kaputt jetzt wäre die eine Möglichkeit alles über das Marktor laufen aber auch hier im Fahrzeug wo ist ein Fahrzeug da hinten ist ein Fahrzeug dann schnappen wir uns mal das Fahrzeug man könnte auch hier einzelne Bomben nehmen und dann hochrennen aber nicht wir lieber mit dem Fahrzeug also man hat immer mindestens 10 Minuten Zeit um nach oben hinzukommen da ist ein Jägerpad verpackt doch so witzig da oben ist schon was frei das ist das ist das ist das ist so und so geist freilassen schnell runterlaufen den nächsten wagen holen die sind hier alle gestand ich renne mal nach unten und drüben ja ein fahrzeug ist hier einer gerade hausfrau hab ich wohl verlesen so jetzt schnappen wir uns nicht 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 Ach jeee wir sind die andere Seite schon frei? ne die ist nur angebrochen warum kommt keiner von der anderen Seite ey was macht ihr hier? wir haben nur 3 minuten Zeit so dann nehmen wir uns mal jetzt das andere Tor vor wenn die ja nicht wollen 3 minuten noch ich glaube das wird jetzt ein kleiner Durchmarsch auf der Seite wird keiner dürfen wir sind alle auf der anderen Seite und hier ach dann nehmen wir hier die Bombe was solls bei mir zischt das überm Kopf kassieren weggehen ach meine Bombe ist immer noch da hallo wo willst du hin? hallo wo willst du hin? ok so Platz 7 ach der ist schon eingenommen ok dann werde ich mir jetzt das nächste fahrzeug schnappen 1 minuten 42 sekunden noch, das wird ganz knapp wenn wir es überhaupt schaffen man hat auch hier noch einen Rambo den ich auch noch mal zu stoßen das kam schneller jetzt ist mein Wartverbot keine Probleme ich renne einfach ganz schnell wieder zurück ok 30 Sekunden das glaube ich nichts 30 Sekunden noch 3 2 1 1 beendet wir haben es nicht geschafft ok jetzt kommt es drauf an inwieweit die Allis kommen also wir waren bis zu diesem Tor gekommen und das da und das hat es nicht gebracht ich hoffe im verteidigen sind wir ein bisschen besser wo gehen die meisten hin nach rechts nach links also gehe ich nach rechts jetzt sind wir voll gerne da oben an der Kanone da sitzt schon einer dann noch rüber porten auf der anderen Seite jo dann schießen wir mal da sind die Chivis angekommen und die Leute mit den bösen, bösen Leuten laufen alle zum Smart drüber ok da braucht nur einer hier dafür komm schießt auch nicht da sind sie schon mal durch meine Hüte sind die aber gut sind die aus einer Kill oder wat allianz sind halt nur gut naja hey vergiss mich nicht ich möchte raus hier ich möchte wieder leben die wollen runter hier down ja dr da dann vor da wir der so ich sicher Prozent Prozent die Kummern scheint richtig schnell durch da sind so durch da sind so durch jetzt sprechen sie noch dadurch ja ja Das war's für heute. Ach, Mensch. Wir sind's auch schon durch. Da haben sie ja schon gewonnen. Das war's für heute. Das war's für heute. Ach, je. Die Runde war mal wirklich bad. So, ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss, tschüss.